Normalerweise fegt Massimo Sinato bei Let's Dance übers Parkett. Nun aber hat der Profitänzer einen neuen Job an Land gezogen. Profitänzer Massimo Sinato, bekannt aus der RTL-Tanzshow Let's Dance, wird Musicaldarsteller. Punkt der 43-Jährige übernimmt in der opulenten Produktion Moulin Rouge. In Köln die Rolle des Santiago, eines leidenschaftlichen argentinischen Tänzers, der im Nachtclub Moulin Rouge für seinen temperamentvollen und energiegeladenen Tango berühmt ist. Das verriet Sinato der deutschen Presseagentur. Als ich die Anfrage bekommen habe, musste ich nicht lange überlegen. Ich war direkt Feuer und Flamme, sagte er. Einem größeren Publikum bekannt geworden ist der Tänzer vor allem durch seine zahlreichen Auftritte in der RTL-Tanzshow Let's Dance, die er 2010 und 2020 gewann. Punkt in der Show tanzen Profitänzer mit Prominenten. Eine gewisse Querverbindung zu Moulin Rouge. Gibt es. Im Mai gastierte die Fernsehsendung einmalig im Kölner Musical Dome, in dem normalerweise die Moulin Rouge aufgeführt wird. Massimo Sinato, Tanzen und Gesang bei Moulin Rouge in Köln. Die Chance, als Musical-Schauspieler nun tänzerische Einlagen mit Gesang zu verbinden, sei für ihn eine Möglichkeit, seinen Horizont zu erweitern, sagte Sinato. Punkt die Rolle des Santiago hat nach eigenen Worten auch eine persönliche Bedeutung für ihn. Punkt ich kann mich sehr gut mit der Rolle identifizieren. Santiago ist ein Vollblut-Latino aus Argentinien. Punkt ich selbst habe Verwandte dort, der italienische Zweig meiner Familie ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien ausgewandert. Ich glaube, dieser Latino-Flair steckt auch in mir. Punkt und mit einem Augenzwinkern fügte Sinato hinzu, natürlich ist Santiago auch immer wieder sehr flirty an der einen oder anderen Stelle. Punkt zu Hause bin ich tatsächlich mehr so der Pantoffelheld. Sinato ist mit Moderatorin und Model Rebechamir verheiratet. Bei Moulin Rouge handelt es sich um eine opulente Produktion, die auf dem Film Moulin Rouge von 2001 basiert, in dem Nicole Kiemen und Ewan McGregor zu sehen waren. Punkt die Spielstätte in Köln strotzt vor verschnörkelten Details und ist in kräftiges Rot getaucht. Punkt die Geschichte, die im Jahr 1899 spielt, dreht sich um einen jungen Schriftsteller, der sich in den Star des legendären Nachtclubs Moulin Rouge verliebt. Ende 2022 feierte das Musical-Premiere in Köln.Gesangsunterricht für die neue Rolle. Sinato betrachtet die Produktion als wahres Meisterwerk. Die Overtüre, der Soundtrack von Lady Gaga bis Elton John und das großartige Bühnenbild, alles zusammen ist einfach überwältigend. Punkt das Ensemble habe eine hohe Qualität. Die Leute verlassen die Show mit einem strahlenden Lächeln, sagte er. Der Tänzer soll nach aktuellem Stand im November erstmals in seiner Rolle zu sehen sein. Er verspüre eine gewisse Aufregung vor der Premiere, obwohl er unzählige Male auf der Bühne gestanden hätte, sagte er. Punkt die größte Herausforderung für mich ist das Singen, das ist neu für mich. Mit intensivem Gesangsunterricht bereite er sich auf die neue Rolle vor. Punkt Neuland ist für ihn auch, als Teil eines großen Ensembles aufzutreten. Bei Let's Dance stehst du zu zweit auf der Bühne und rockst die Show. Hier sind es viele kleine Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Und bei Let's Dance sind Sie alle auch die Zahnräder. Dann kann der Zahnräder zum Beispiel für die Zahnräder oder Jahnräder här bleiben. Dann kann der Zahnräder sein. Dann kann der Zahnräder neuroscience erinnern.